Hallo ihr Fischkippe. So, ich bin wieder heute am Start. Und mit mir ist Francesco. Siehste. Und wir sind heute hier in Bremerhaven. Hier ist gerade ein bisschen Ebbe. Meer ist voll weggegangen, um neue Fische zu holen. Nur was, keine Ahnung. Aber wir sind heute hier. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Dach und den Steil.